Ja, heute melde ich mich von Standort 48 aus Dreie an der Alten Weser. Das ist hier eine Bank mit super Blick auf die Alte Weser, soweit man gucken kann halt. Was nicht so schön ist, sind die Windkraftwerke, machen die Optik kaputt, aber ansonsten fängt hier eigentlich das Naturschutzgebiet an, wo man aber auch schwimmen gehen kann und auch mit Hund und so weiter. Ja, in der Alten Weser gibt es in letzter Zeit immer so viele Blaualgen und andere Krankheiten, dass man immer aufpassen muss, ob man schwimmen gehen darf oder nicht. Ich mache mich auf den Weg und fahre jetzt einmal um, sprich das ist der erste Teil und werde dann nochmal weitere Teile machen.